ja das heißt wahrscheinlich ich habe sand im bunt wieder bei der ganz normalen ausgabe hier wunderbar es wird ja wunderbar so es ist ein sturm wunderbare zeit auch regen und schnee das mag ich nicht in unserer wahl aufmachen wir haben schon gehört hier gibt es sand ja ich kann hier leider nichts kaufen aber schon was gekauft haben glaube ich wenn ich mit meiner frau eigentlich los wenn die ich hatte die eigentlich mitgenommen das hat schon wieder vergessen wir sind noch ein paar kommt mit schatz naja die ist neuer links immer mehr ich weiß nicht was raucht aber irgendwas kommt da also kira glaube ich so sturm und so ja was los ist kein menschen pablo aber wie fliegt der rock weg das feld ins haus jetzt glänzt so sehr welche shampoo verwendet so sand nummer eins fragt er sie die stadt bestellt mich ein ziemliches dilemma soll ich raus dem potenziell mein outfit beschädigt und solche ganzen tag drin bleiben und da wird man gelang zu enthalten da draußen so keiner mehr glanz sehen würde bleiben aber drin das ist das ist eh wurscht shampoo naja gut das shampoo wurde übrigens von einem inder erfunden so okay dann haben wir das gut dann müssen wir jetzt eigentlich mal wieder sehen dass wir hier ein bisschen kämpfen können aber ich wollte euch noch was zeigen was jetzt erschein angeht jeder das spiel startet hat er jetzt den trailer ein bisschen schon fast kann man dann aufgezwungen bekommen aber man darf ja ein bisschen werbung machen wir haben jetzt momentan also wie ich heute geschaut habe 931.000 gesammelt hier wird das spiel also die ein millionen grenze ist nicht mehr so fern es gibt auch neue ziele die in sie alten sind ja im grunde eigentlich schon komplett überholt die blende euch mal gerade ein ja so man kann jetzt dann auch die millionen erreichen kommt logan zu besuchen spiel ja interessant dann mit dem nächsten ziel kann man die höhe seine spielfigur auch ein bisschen charakter editor denke ich mal so ein bisschen variieren ja sondern irgendwie auch zur spielgrafik dann passen oder sowas keine ahnung wie sie das dann machen wollen was machst du denn hier draußen die landstelle sind heftig aber ich nehme es lieber noch lieber ein kauf als ein windschel von mir und 40 grad jeder peripherie naja der hat ja da auch wir können sich noch mit logan überhalten unterhalten oder noch mal da sage ich dann niemals unterschätzen immer wieder gründlich seine vorbereitung bevor du dich in ansand schrumpf wachs und perfekt vorbereitet meistens nein das ist sie die kennst du doch also ja interessante neue sachen was man da machen kann unter anderem auch dass dann halt figuren aus cent rock erschein besuchen können wie immer so das dann machen und wer ist eigentlich max also ja bin ich aber sehr gespannt was das ganze dann geben soll dann gibt es einen weiteren romanz wohl npc also haben sie doch ein bisschen mehr drauf gelegt als das bisher hatten ja vielleicht haben wir dann ziehen oder am ende vielleicht zwölf mal sehen was wir da machen okay wenn man dann sehen was dabei rauskommt ja interessant finde ich dann immer noch das logan mit zur story gehört es gibt ja oder es gab mal irgendwo gerüchte habe ich mal gelesen das auch vielleicht logans des rätseln morgen logan zur mutter gelöst wird man weiß es nicht also max und lucy von sand trocken wollen settlement zwei besuchen mit logan der story quest also wie man max lucy ist keine ahnung ja gut das spiel spielt ja drei jahre nach den ereignissen von also letzten eignissen von cent rock weil ich sind dass die aktuellen handwerker in sand trocknern ich weiß es nicht wir sind ja dann nicht mehr da und mal sehen und hier haben wir dann auch noch mal neue karte vom duvors empire wo das hier so liegt wo settlement 2 ist können wir dann sehen ist er dann haben oben die orso ruinen wir haben viel flüsse also wir sind hier bei settlement 2 denn sieht man auch so drei festungen auch interessant sondern die station und sie bei antara und den high speed railway also hier sieht man so ein bisschen wo wir uns dann eben mit unserer neuen siedlung später wenn man das spieler wieder spielen wollen überhaupt dort aufhalten werden settlement 2 diese festungen ob das was zu bedeuten hat aber die auch erkunden dürfen die verlassen sind man weiß es nicht hier dagegen gab es ja mal konflikte mit dem duos imperium und ob auch die orso ruinen erkunden können also der trailer scheint für mich das schon ein bisschen angedeutet zu haben aber wenn wir sehen zumindest haben wir hier nochmal karte und noch mal weitere stretch goals ich denke mal die eine millionen werden auf jeden schaffen als hinten goal war das und die 1.2 ich denke bis die kampagne durch ist werden wir auch noch schaffen also wenn man dann auch beim besuch von cent rock leuten hier auch in ever shine dann haben logo mit auch eine rolle spielen und ob sie ist die höhle figuren auch noch ändern können ja das ist mir persönlich eigentlich relativ wurscht aber wollen wir sehen wie es dann nachher weitergeht auf jeden fall ich bin gespannt wie viel so geld zu noch sammeln werden das war schon echt crazy so haus der management wir nehmen ihnen hier mal mit wir müssen noch mal ein bisschen haben sie pens erzau erkennen gut kennen braucht auf jeden fall noch ein bisschen bisschen übung den müssen wir auf jeden fall mitnehmen so stufe 88 jahre und soll ich übertreiben so da bist du jetzt schon frisch im hawaii hemd sehr gut so wollen wir uns auch noch mal ein bisschen hier auf die reise machen weil wenn wir schon hier kommen die blümchen ich habe ja noch nicht mehr getrennt bin ich schubel doch nicht mal blümchen schießt doch schon dann immer irgendwo so kennen du musst leider laufen aber du hast ja eh die größten füße hier bei uns allen hier ist denn die machst du eigentlich von kleiner ich frage mich ob kleine tiere ein sicheres versteck haben ja keine angst mit mir sagen deine schwester macht nicht hier nicht gewählt wird ok so ja ich glaube wir machen mal hier einen kleinen besuch so gehen hier mal hin und guck mal was unsere lieben musste ihnen die wilden dort zu treiben keine gute kennen guru da mal ein bisschen wüten und sich mal ein bisschen ein bisschen trainieren oder kann er sich da abschlecken lassen von den muskeln so blümchen kommst du mir zu uns auch nicht überhaupt nichts hier fangen wir da unten so auch ins abenteuer und sturm ist benutzen wenn wir hier schon besondere monster finden oder treffen können wir machen gespannt wie sie das an den erscheinen machen wollen die diversen monstern also bieber verkloppen was haben die gegen die guten liebe ob es auch wetter effekte gibt ich hoffe ja weil die finde ich eigentlich immer ein bisschen am geilsten hier und ich kann es ehrlich sagen haben wir schon mal einen zornigen dorn und noch ein oma gott ist ja ich bin auch zornig sagt maxi zu tode näher vielleicht ein dorn und für nicht kann das tut wie kennen du schaffst das hier ist normale haus für ihn du bist du machst nichts sehr gut und kennen hat es erwischt endlich auf kennt einen kündel hier wobei mit bans gelöst thema haha so mal gucken machst du hat ne du bist friedlich ne gespannt was was macht unser hoes queen mit dem anderen hoes gehen ich kann mal wissen der latsch jetzt hier vorbei batman und sich das bäuchlein ok also der tut nix das wird jemand freund du musst auch nix was hast du denn jetzt gemacht kennen der ist ein nummer zu groß für dich aber nicht so batman hat sich hier schon mit dem dornhüpfer wieder angelegt ich wollte ich gar nicht jetzt habe ich den falschen gehauen und hier los sie tun doch auch mal was aber jetzt haben wir uns hier mit allen angelegt ok du schaust das batman tschuldigung wer kämpft ihn jetzt gegen den spiel ich mir durch genau der kaktus der ist böse sehen das aua der tritt mich machte da wird man gibt es den anderen also bestimmt grusel von mir ja mal einem heimischen chips wegfrisse vom kino abend so weg was was ist hier los du bist batman so den haben wir noch aua der trifft mich mal so haben wir jetzt an den haben wir noch nicht der ist jetzt erledigt so das bett ihr seid friedlich oder ganz friedliche kleine muskuline komm ich früher haben sich immer abgeschleckt jetzt machen sie nix mehr ja genau ja gute idee gute idee die freut sich da drauf also ne interessant machen sie nicht mehr das ist gut das ist eben jetzt habe ich vertan hier und nicht das stadt mir noch sonst immer ab bei sandsturm die huskirchen kaputt herr aus cohen moment war sind sie noch normal du stehst auf über den huskirchen mensch kennen dann aber ein bisschen höflich so vielleicht in die arbeit zu den zuschauer genieter sich vielleicht auch sein hallo aus cohen was mit ihnen muss das abzuschlecken hallo nee sonst lass mich jetzt in ruhe hier aha interessant wenn auch nicht so was mitnehmen hier was du noch mal kennen du machst hier nix nicht sinnvoll ist jedenfalls immer noch mal dorn hüpfer lieben so kennen jetzt für dich wenn du mal was für ihn oder liegt sich mit dem an immer nochmals wohl das ist ein zorniger den müssen dann hier an dem bs zack zack nicht meine frau belästigen aber da sind viele verwandte wahrscheinlich naja kann man ja so wir sind hier noch wussten oder die warte schon quasi auf ein bisschen sind noch einige zornige kandidaten die pen hier kennen du stürzt dich immer auf den stärksten du dödl schlafen der hier ignorieren uns auch was los mit den jungs gewesen kaputt ich sag's euch die pen hier alle nur die uhrzeit komisch war nicht viel aktiver bei so einem wetter wer kämpft jetzt hier gegen wen muss kriegen die kuske gehen okay geht hier ab kontakt zorniger ich wollte gerade mal ein bisschen man ist richtig sauer aber ich habe mich gebissen das hat sie wieder erwischt vielleicht hat uns da nicht ein menschen und zwei muskene gegeneinander kämpfen hier gibt es in bett meine stärker als er die bessere latschen an ja das war jetzt so da ist er wieder so hier nimmt das sack und dort ist krass das nehmen wir noch mal mit so die pen einfach nur ist ja langweilig was los mit euch klein hier wenn er schlägt dann ja wenn alle langweilig na gut dann können wir ja auch nichts mehr weiter tun aber auch abhauen die dornhutfaller die sind eher reizlos so ist denn hier da haben wir zu viele tiere dabei dass sie betätigt also wir haben sonst immer abgeschleppt die wahnsinnigen und jetzt wir sind langweilig und unattraktiv geworden die fliegt auch bei jedem wetter da sollen sich mal anderen beispiel daneben so so blübenlein nicht abhauen sitzt auf hol sie begeben uns wieder nach hause hier hier sind auch diese zornige verdorbene 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 ameisen hier ist ja schon mal den kielten ist da kommt jetzt mit einem spucker ist er schon lieber und was gibt sie mit füdern so aber kennt so nicht mein freund so nicht wenn einer mit seinen flipflops zutreten kann dann ist das batman so hat den satz hat man sich merken für die nächsten marvel mit den flipflops die schwarze fledermausflipflops halt 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 mein freund schneller sie vor der reingehe ich habe nie gesehen dass er da reingeht moment hier bevor du blabers hier möbelkiste zack wir singen ha sofort ich will doch ein hallo mann na gut dann kommen sie aufsetzen nicht du kennst du hast große große füße ganz laufen hier schon mein gott hier über die opentum kaktus und müssen wir hinten alles große leuchtende ding das unser haus wunderbar stopp so erstmal die dame absteigen lassen wunderbar so hat man so gut geschlagen heute ist so kannst du jetzt seine flipflops an den nagel hängen naja auch du kennen also einiges kassiert aber ausgeteilt das hast du dir verdient so du kannst jetzt auch schöner machen ich war aber das ist eigentlich eine stufe 17 gute nacht würde ich mal sagen so 100 auch geschafft so ich habe sie eigentlich noch irgendwas ich verpente aber so hier diese es gibt nicht so viel ich weiß es nicht es bringt also nicht so viel gedünsteter sandfisch gedünstet gedünsteter gedünstet machen wir nicht hier das ist ja der getrockten können wir mal gucken machen wir das vielleicht noch das relativ schnell gehen gedünsteter sandfisch dann gibt es noch fein gedämpften sandfisch weil der gibt ausdauer ja kann man nicht acht machen wie viel ausdauer gibt die zwei hast du viel mal gut sagt machen wir das so und da kann ein mir immer wieder wie hast du das geschafft also zu stehen ich kann ein mir immer wieder fisch essen ja muss man gucken ob wir das jetzt mal annehmen können das ist nicht morgen alle pensier sehr schön robot vor sich hin hier sonst wird spät ja ich weiß zauberspiegel machst du hier noch blümchen aus dem bild nein das war eine aufgabe dieser stufe mist ist die morgen abgelaufen wahrscheinlich oder nicht mehr drin na gut dann ist es so man darf auch nicht zu gierig werden so hoch wie soll sich ist nur noch er sie so sieht man so durch deine brille interessant was war das jetzt okay das war gruselig ja so kannst du es mal schön ja gute idee wir haben ja auch halb zwei mensch kind geh ins bett nein nicht nichts nicht ins gewächshaus schon wieder macht ihn also hier ist die tür ich verstehe nicht jetzt jetzt rennt die jetzt rennt die ins gewächshaus muss ich dann noch ein joint holen oder was die jetzt macht ich weiß nicht ja ich weiß müde nicht so ein bisschen nach nach tabak oder sowas nicht weiß nicht heute ganz so in pink ganz genau so irgendwann kommen noch dahinter was sie raucht haben nicht oder sonst wie okay genau seid ihr da ist jemand gibt es hier noch niemand ist an die könnte mein weiteres haus hier bekommen ja ich könnte mir fangen hier oben aufhängen scheint in zu sein so in den kinderzeitschriften kommt das vielleicht vor ich weiß nicht erziehung heute nach dem großen zusammenbruch wie erschreckten wir unsere kinder so gucken sind noch drin ja ich muss etwas ausliefern ja 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 ist ja gut ist ja gut wir müssen auch mal was ausliefern ja das hier ach shit wir müssen doch für wüsten kommt noch kommt noch alles angenommen kam rocky ist also rocky jawohl rocky müssen wir uns loswerden hallo freunde alles gut schön was ist das vom rathaus ach das jack mal rennen ah ok sie hat uns wieder im briefkasten was zu essen gesteckt gibst du doch einfach so unlogisch würden sie nicht mit mir reden will okay und dann muss er es noch nicht im briefkasten stecken also handwerker mama schmacht platz ja genau mach du mal platz in einer brieftasche hier mein freundes du hast jetzt mal gut lachen auf der bank bank dankeschön wo ich die maske machen was warum sehe ich das jetzt ich habe gar nicht hingeklickt das wieder anziehen oder bergmann zellen weil ich noch nicht mehr machen was ich kann zu warm wird schädel nicht so brummt so dann können wir das noch machen mit den fischen dann sind wir die oma so können wir das jetzt machen hier ist es gut sagt aber sonst alles klar schatz ganz genau am abend uns mal schön irgendwie nach was verdächtigem riecht wer weiß wer weiß hallo sprich mit mir aufs antrag groß ja ganz groß und du wirst auch irgendwann größer aber leider nicht mehr sehr viel so mit euch zwei los man weiß es nicht so habt ihr genug futtern jawoll sehr schön sehr schön sehr schön so tauberspiegel moment hat hat gut hallo so wann haben wir noch mal am donnerstag riecht was haben wir dann donnerstag dann hast du nix ja der nix donnerstag gibt es auch ab und zu mal ähm was haben wir mich ans geburtstag verpinnt oh shit ok nemo haben wir auch noch oh haben wir mich ans geburtstag verpinnt upsie ok ja wir hatten zu tun es war so viel so viel äh zu tun auch in der wüste und alles und Tiere und fangen ja na gut dann müssen wir uns was einverlassen dass wir ihr jetzt noch nachträglich schenken können was sie so richtig mag geht gut bronzeplatten aber das ist natürlich auch ein bisschen witzlos für ein richtiges geburtstagsgeschenk das war dann mal so ein richtiger knaller was mir geschenkt und wie sich die ziehe eigentlich jetzt aus ja geht noch da tut sich gar nichts mehr ähm mir an wo haben sie denn was soll denn man so ein richtiger der wühlpol ah ok na die video magst ja er hat sie immer gut schreibtisch ne werkbank hm ah ok so die typische handwerkerin hm wir haben hier mal eine eigene ihre eigene figur geschenkt das war auch geil ok aluminium achst ähm hm nichts an wie denn noch kies spitzhammer aluminium spitzhammer ja dann haben wir eigentlich schon das beste war ein aluminium spitzhammer habe ich noch nie geschenkt hm 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 das war das letzte was wir hatten mal aluminium achst hm ok vielleicht wäre dann was das was für sie klingt vielleicht nicht so romantisch aluminium spitzhammer oh aber für den handwerker ist das wie ähm ein strauß Rosen und dann kann man damit länger was anfangen wenn man jetzt den findet hier aluminium axt äh eisen aber wie lange muss ich da ja aluminium spitzhammer das ist der eigene den er da anzeigt wir machen noch eine axt aus chrom äh hm können wir machen ne wir brauchen noch zwei schleifsteine dann machen wir noch alle nicht keine kettensäge neuer 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 platte mit zink titan regierung hm 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 können wir immer wieder machen dann kriegt sogar noch einen kettensäge jawoll kettensäge im haus erspart so einiges hei was war denn das jetzt alles so ausliefern freunde juhu hallo schatzi wir vergessen das sage ich schon mal drin waren dann geht es wieder raus naja ist wie eine katze es ist eigentlich eine katze was ist dahin wir sind hier amira hä wollte ich gerade zu der ähm äh ähm äh ja das äh ist mir zu weit zu laufen so da steht es schon hm 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 ja komm gleich mit race super so zwei cocktails sehr gut so haben wir das auch sehr schön sehr schön das ist noch ein pc dahin so auf zur amira jagd jahoo wahrscheinlich auf der anderen seite guckt die steine an oder so ja da kann man nicht weiter das tut im kopf wie man aber da läuft hallo amiralein hi hier sind eine ja ich hoffe du hast noch platz mit einem handtisch in 48 sandfische so wunderbar und ist auch wieder geschafft aber nicht darunter laufen oder fallen unsere sehr beliebte wunderbare russstation die überhaupt keinen sinn macht das ist auch so eine sache wo man sagen muss ja so eine sache hier einzubauen nur für ein kurzes story element ist ja nett aber dann steht es einfach nur völlig sinnlos in der gegend rum finde ich sogar ganz ehrlich das ist so wie deko völlig sinnlos eigentlich hätte man sich vielleicht auch spannen können oder man hätte eben das ding so machen sollen das ist wirklich so als busstation 2 naja so endeline was ist los ich hab dich trotzdem noch gekriegt ja genau bist bestimmt und meter gewachsen oder millimeter von dein ego wahrscheinlich ist der fein gedämpfte die kriegst du nicht du kriegst du nicht das dann ja auch bin schön ob es wird sind man sieht das lecker aus und man wie gesagt immer dass ich noch wachsen muss und alle bei den liebgespeisen essen soll sicher nur ausschließlich ja genau lieblingsspeisen essen damit man groß und stark will dann ist noch hüpfer jagen fängt man ein genau wüsten hüpfer nehmen wir uns überholen hier also ach nee ich dachte sag es gerade hat moment jetzt ist der ränder geht hier rum so nicht hat die frisur da täuscht man sich so schnell da fällt es runter okay so das verwirrt schon langsam bedienen welches tier gehört jetzt zu uns welches ist fremd man weiß es nicht mehr man weiß es irgendwann nicht mehr hier mal hüpfer da haben wir schon mal so einen jungen hüpfer sehr schön kann man den decken bahn an da haben wir mal wieder keine munition ist er auf der hüpfe das kann ich nicht alles umständlich kommen dann so hier hallo so den haben wir so haben wir hier nach hart nach hart sehr schön ja wenn wir schon hier sind da sind wir so verlockend dann machen wir das noch mal weg der katzstein so zack so dann haben wir hier noch ein paar hüpfer ein paar jungen hüpfer hier hallo noch ausgehüpft so wunderbar was du auch hier er muss aber treffen glaube ich ja danke so was hüpfst du hier rum feierabend mein freund zack so so das ding hier ist auch nix ne hm ich finde es cool ah hier ist noch einer hallo Tag auch wie viel muss ich noch dach auch so ausgehüpft entschuldigung so den haben wir ist das hier auch dicke rüstung nehmen wir mit ich kann man brauchen so ein stück zu langsam ist naja hätte ich ein bisschen früh anfangen sollen naja gut dann ist es so 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 wie wir die dinge fällt nicht gut erfahrung und das gestellt also ist gar nicht mal so schlecht das auch gibt doch immer ganz gut hier nochmal 3000 so äh hu äh komm dann haben wir das auch zack hallo fred du musst du schon selber bitten nicht alles geht automatisch so zack und dann haben wir ab so dann aber für heute hier wunderbar dann jagen wir noch den goldenen topf am ende des regenbogens und dann gucken wir wie es ja weiter geht hier in zentro vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal meh